so hallo ich hoffe es läuft ich habe gefühlt seit drei jahren nichts mehr aufgenommen sind nicht ganz drei jahre aber es ist lang genug wir haben ein weihnachtsvideo und das haben wir dem flo zu verdanken der hat nämlich tatsächlich was gebaut und das können wir jetzt spielen ich lese dazu kurz ein paar sachen vor während ich aber die musik vom heck im hintergrund laufen lassen wir starten einfach noch mal den heck von vorne weil da hat man schon ein kurzes intro gesehen so zack nämlich flow präsenz aber die geschichte wieder das ist jetzt zu laut ist ein moment aber gleich und ein schöner toll man denkt erst es geht das normale lied los und dann lässt er es einfach um schwenken in jingle bells so also flo schreibt folgendes das passt er ist es passt nicht gut dann wieder ein stück von mario eingebaut ach so wenn ich rausklicke ist die musik ja ok gut also flo schreibt folgendes er hofft es gibt eine facecam mit weihnachtsmütze die kann ich nur bedingt also ich habe keine weihnachtsmütze ich habe die schlicht und ergreifend nicht hier die hätte ich in nila da fahre ich aber jetzt erst hin und dann wäre das video zu spät aber ich habe dafür ein leuchte weihnachtsshirt also pullover das doch auch was ok viel kurze level ohne safe states keine leine story und so weiter er möchte gerne dass ich die custom music bender das kriegen wir hin das gerade war channel bells und er hat noch so einen bug aufgeschrieben aber das ist jetzt ich komme darauf zurück falls ich da rein falle irgendwie kommt nämlich selten vorschriften dazu was ich von ihm aus vorlesen kann und das machen wir gleich am anfang eine message von flo an euch frohe weihnachten liebe conan community mein letztes smw weihnachtsvideo ist schon ganze sieben jahre her was sind wir alle in den sieben jahren alt geworden sogar conan wurde in diesen jahren von einem alex zu einem herrn lehrer ich wünsche euch eine besinnliche zeit mit eurer familie den freunden und euren liebsten macht 2023 zu eurem jahr und denkt immer daran don't worry about a thing cause every little thing is gonna be alright grüße gehen raus an jan felix danny hf counter ricardo sonne chosen xehanort mordes sky nicky den weihnachtsmann und die weihnachtsfrau ok also das war text von flo und jetzt gucken wir uns mal den heck an ich bin sehr gespannt ich hoffe ich kann noch ein bisschen spielen aber es ist sollte von der schwierigkeit her machbar sein hat er gemeint es ist heiß warum habe ich so viel durst schwitz wo ist unser weihnacht der auch diesen komischen sound offen das ist jeden fall schon mal custom music die ich nicht erkenne habt ihr auch dieses ja das ist nur rechtes ganz komisch das ist nur recht ich habe ziemlich sicher schon mal gehört aber ich weiß es nicht aber das kenne ich das geht weiter ich weiß nicht wie es heißt genau ich weiß nicht woher es kommt wie es heißt aber ich kenne es zu gegen oder kann ich mit dir reden okay Oh Schreck, heute ist Weihnachten und wir haben 23 Grad. Ich brauche deine Hilfe. Das muss dieser Klimawandel sein, von dem alle immer reden. Mario, hilfst du mir, Weihnachten zu retten und all das CO2 einzusammeln? Oh, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir müssen CO2 sammeln. Sandige Weihnacht. Oha. Also, an der Stelle, ich werde es noch ganz oft sagen, aber an der Stelle einfach riesiges, riesiges Danke. An Flo, dass er hier jetzt was gebaut hat in den letzten Tagen. Sonst hätten, also, ich hätte vielleicht irgendeinen Heck oder so gefunden, spontan. Aber, ist natürlich so optimal. Jetzt muss ich dieses doofe CO2 einsammeln, dabei klebe ich mich lieber auf die Straße. Naja, was soll's. Nein, wir kleben uns nicht auf die Straße. Das machen wir nicht. Sehr gut, jetzt geht es dem CO2 in den Kragen. Mampf. Okay. Gut, 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 gut. Oh, das tut weh. Alles klar. Gut zu wissen, halt, wir müssen mehr CO2 ansammeln. Oder ist nur die Münze CO2? Achtung auf der, okay, nur die Yoshi-Coin sind CO2. Got it. Aber auch hier, ich kenne das Lied nicht. Das Lied ist mir unbekannt. Neuer YouTube-Kanal. So. Die schießt mich nicht ab. Okay, okay, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Sei bloß vorsichtig, sei bloß vorsichtig. Okay. Jux. Ähm, w-w-w-w-w-w-what? Okay, da muss ich, das muss ich andersrum angehen. Ich hoffe, die Musik ist gerade nicht lauter als ich. Ich glaube fast. Aber ich denke nicht. Ich glaube, das wirkt immer nur so. Müsste schon passen. Also, ich sehe auch, wenn ich jetzt auf OS kucke, mein Audio schnägt stärker aus als die Musik. Es müsste ja eigentlich ich deutlicher zu hören sein, hoffentlich. Ich habe so lange nicht mehr aufgenommen, Leute. Es ist so weird aufzunehmen gerade. Und ich weiß, wir sind aktuell mitten bei Ori. Es war also, seit der letzten Ori-Folge, es ging nicht. Ich, ich, es ging. Nein, ich habe schon dir getan. Ich lerne es nicht. Es ging nicht. Ich habe es weder mental noch zeitlich irgendwie geschafft, mich mal hinzusetzen und an das Switch was aufzunehmen. Also ich hoffe wirklich, dass ich jetzt ein bisschen in den Ferien ab und zu mal eine Rory-Folge aufnehmen kann. Zumal wir ja einfach mitten an einer, ich versuche nicht zu spoilern, traurigen Stelle geschluckt haben. Und das ist so die denkbar ungünstigste Stelle, wie man ein Video beenden kann. So einfach übelster Cliffhanger und das ist alles traurig und Mist. Aber ja, es ging einfach nicht, also keine Zeit, nichts zu machen. Ich habe auch jetzt diese Ferien, ich habe drei, zwei Stehgreifaufgaben, ne drei Stehgreifaufgaben. Zwei in BWR, eine in Mathe, also es ist, die muss ich auch korrigieren. Und der ganze bisher vorbereitete Unterricht ist halt nicht ganz so zu gebrauchen, weil jetzt ist hier alles mit Tablets und dieses Programm, was ich davor benutzt hatte an den alten Schulen, das kann man hier halt nicht nutzen. Weil die dafür nicht die Lizenz haben. Insofern, ja, muss ich halt immer alles umstellen. Das dauert auch seine Zeit. Obwohl der Unterricht eigentlich soweit gut fertig war in gewissen Fächern. Aber naja, das ist halt so. Okay, das ist halt passend. Uns fehlt noch eine CO2-Münze. Bitte geh nicht hoch. Ah, okay. Oh Gott. Es ging zwar hoch, aber es ging gut. Wo ist die Le... Da ist... Oh mein Gott, ich habe das in der Le... Oh, oh, please. Ich wollte gerade sagen. Please, Ende. Nice. Ich kann nicht an dem Ding sterben. Gut. Sehr schön. Das erste Level haben wir doch schon mal ohne States geschafft. Das ist doch schon mal was. So. Staubige Höhle. Let's go. Okay, never gonna let you... Und so weiter. Das kennt man. Kassel-Wüsten-Level. Dieser ganze Sand macht dieses SMW-Kartridge kaputt. Pust. Äh, okay. Muss ich bis da in diese Lücke kommen? Ähm. Okay. Das Gefühl... Mir fehlt hier irgendwas. Oh, du fehlst mir. Okay. Oh nein, muss ich den verfolgen. Oh nein. Oh, please. Oh no. Oh Gott, das wird interessant. Okay. Das wird interessant. Dann schauen wir mal. Oh, da war ein Springboard. Das hätte ich bestimmt mitnehmen müssen. Oh, Mist. Okay. Wir haben das Springboard gesehen. Oder das ist nur für den Fall, dass man da runterfällt und man muss es gar nicht mitnehmen. Letzteres wäre mir lieber, dass das nur so ein Notfall-Springboard ist und kein, du musst mich mitnehmen. Ne, wie soll ich das auch mitnehmen? Da ist eine Stachel davor. Ne, das muss ich gar nicht mitnehmen. Das ist, wenn ich zu langsam bin. Dann kann ich mich damit retten. Okay, sehr gut. Das erleichtert mir schon mal alles. Weil dann brauche ich das gar nicht. Also ich käme halt einfach natürlich nicht ran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh pfff. Oh, das wird interessant. Nein. Oh, es tut mir leid, wenn ich mich so öfter mal räuspere. Meine Stimme ist etwas belegt. Und man kennt es, es sind Ferien und man wird krank. So. Wie sich das gehört. Oh, Disco-Shell-Springe sind so fies. Och. Warte mal, mit diesen Stachel drüber. Okay. Aber wir sind jetzt, wie lange sind wir jetzt im Game? Moment, ich muss kurz auf die... Ich habe OBS nicht so, dass ich die Uhr sehe. Das... Zwölf. Okay. Alles gut. Das darf gerne so eine halbe Stunde Video darf es schon werden. Ich habe halt... Also... Es ist... Ich wiederhole mich wahrscheinlich wieder 3000 Mal. Das kennt ihr ja mal von mir. Es ist so weird aufzunehmen gerade. Es ist wirklich so dieses... Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Es ist jetzt wirklich irgendwie was fast... Fast schon Besonderes. Ich glaube, die Stelle werde ich selbst daten. Ich glaube, wir haben das jetzt oft genug gesehen. Oh. Jetzt... Habe ich die über... Also sind die überhaupt noch? Also wenn ich jetzt E drücke, ist das... Moment. Ich muss gleich mal gucken, ob das der Richtige ist. E wäre safe. Ja. Saved. Okay. Und der andere ist dann laden. Ich brauche keine States. Alles gut. Alles gut. Ich brauche keine States. Oh mein Gott. Nein. Okay. Uff. Das Level ist schwierig. Schaut euch das mal an, was der in den paar Tagen jetzt gebaut hat. Also der hat mich vielleicht vor, keine Ahnung, eineinhalb Wochen oder so angeschrieben, ob er einen Hack bauen darf fürs Weihnachtsvideo. Oder waren es zwei? Lass es zweieinhalb gewesen sein. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das echt... Wow, was war das? Hatte die auch diesen Dings kurz? Leg. Ja, jedenfalls. Echt krass, das ist in der Zeit. Also... Also möglichst spät. Dann kommt man da gut hin. Okay, okay. Nein. Okay, wir laden mal. Ach, das habe ich hier gesetzt. Na ja, gut. Okay, so. Hier bin ich vorhin gestorben, ne? Oh, dann muss ich dann auf den oberen wieder zurück, oder wie? Also, ich hole den und dann? Äh? Lade ich die zu bald rein gerade? Ist es sowas? Ich glaube, ich darf die noch nicht reinladen, kann es sein. Ja, ja. Das muss man ganz anders timen. Okay, 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 okay. So, was jetzt alles noch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe es wieder getan. Also, wir warten hier. Gehen jetzt erst da ein. Und jetzt kommen wir da wieder hoch. Okay. Puh. Nein. Oh, ich habe es schon wieder. Reicht das hier noch? Ja. Okay. Hä? Woran? Ach, da ist ein Todesblock. Ah, der habe ich nicht. Der steht auf einem Todesblock. Das habe ich nicht realisiert. Darf ich dann ja auch nicht berühren. Oh, jetzt. Ah, jetzt hört man die Teams-Benachrichtigungen von den... Ich habe es schon wieder getan. Jetzt hört man die Teams-Benachrichtigungen von den Schülern. Das ist natürlich auch etwas ungünstig. Die wünschen gerade alle frohe Weihnachten. Nachdem ich geschrieben habe, dann reagieren die alle auf den Post. So. Äh, so. Zack. Lasst euch davon einfach nicht stören, falls das Geräusch kommen sollte. Ach, Mist. Oh. Okay, so. Darf ich jetzt einfach mal nicht den Fehler machen und da oben dieses Ding... Oh. Dieses Totenkopfding reinrattern. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. So. Okay, drüber. Äh. Und dann muss ich... Okay, dann muss ich da runter und dann da recht schnell hoch. Okay. Und das ist dann Nummer 4. Also, ich glaube, am Stück würde ich das so schnell nicht schaffen. Das wäre wahrscheinlich schon das Video an sich, wenn ich das hier am Stück versuche. So ein Video einfach. Okay. So. Jetzt da runter. Zack. Zack. Vielleicht nicht. Vielleicht doch. Mist. Okay, aber verstanden. Verstanden, was ich zu tun habe. Vielleicht kann ich auch vorher runter. Ja, perfekt. Nein. Das war fast perfekt. Bis zu dem Moment, wo es nicht mehr perfekt war. Okay. Oh mein Gott, das ist es. Das ist das Level. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich muss einmal ganz kurz schnäuzen. Ich mute mich so lange. Aber ihr seht, wie ich schnäuze. Naja, gut. Kann ich die Webcam auch so lange? Einmal aus. Ah ne, ich kann doch, ich kann doch, ich kann doch die Aufnahme. Ich habe doch gelernt, wie man die Aufnahme pausiert. Das habe ich ja innerhalb dieses Jahres gelernt, wie man die Aufnahme pausiert. In OBS. So, wusste ich vorher einfach nicht. So, jetzt müsste es wieder laufen. Das habe ich während der Fortnite-Videos, glaube ich, sogar gelernt, wie man pausiert. Weil es da halt wegen den ganzen Ladesequenzen absolut notwendig war. Und irgendwie habe ich dann, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Irgendwie habe ich dann mal diesen, habe ich es rausgefunden oder habe ich es gelesen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja. Aber ja, Fortnite war auch dieses Jahr in den Sommerferien hauptsächlich. Hauptsächlich war es in den Sommerferien. Und dann war, dann war ein ganz neues Schuljahr. Ganz neue Schule. Alles neu. Digitalisiert. Wahnsinn. Das ist echt krass. Also, diese aktuelle Schule, an der ich bin, und das ist jetzt ja auch eigentlich meine feste Schule, die ist schon schon cool. Flora und Fauna. Okay, es wird langsam hier sommerlicher. Also, nicht sommerlicher, eher. In die andere Richtung. Es wird kühler. Äh, Entschuldigung. Ja gut, das ist ja auch Schießdingens. So langsam ernte ich die Lorbein meines Aktivismus. Bald sind fast alle Pflanzen tot und es sind minus 10 Grad. Wir wollen doch gar nicht Pflanzen töten. So. Nein. Okay. Huch. Das ist aber auch wieder so richtig, eigentlich. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen leiser jetzt doch. Zur Sicherheit. Doch. War ich das vielleicht eher einfach den... Oha. Der ich bei OBS machen sollte. Hier war es noch versteckt. Nein. Okay. Ich bin mal gespannt, was hier das Gimmick ist, falls es ein Gimmick gibt. Und das ist einfach nur, wenn es ein normales Level ist. Okay. Es gibt ein Gimmick. Plattform nach... Ach du Schande. Okay. Yo. Das wird wieder super interessant. Oh Gott. Okay. Aber ich muss gleich nochmal schmeißen. Wenn ich jetzt genießt habe, dann läuft die Nase gleich wieder. Ich mache es gleich, bevor ich mich ewig anruf halte. So. Und es geht weiter. Ich hatte irgendeine Taste für die Pause, aber ich bin mir nicht mehr sicher, welches war. Deswegen traue ich mich nicht, das über die Taste zu machen, sondern ich mache es einfach über diese... Über den Pausebalken auf OBS selbst. Und wenn ich jetzt nicht wieder niesen muss, dann... Oh, warte. Wir waren hier vorne gar nicht unten. Okay, da ist es noch nicht. Stopp. So. Ach Gott. Oh Gott. Ich bin für solche Plattformgeschichten nicht geschafft. So. War ich hier lieber jetzt? Ja. Ich will erst mal gucken, was hier alles überhaupt los ist. Wir waren ja bis hier... Bis hier waren wir. Bis hier waren wir ohne States. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Alles klar. Wenn man es weiß, dann ist man ein bisschen vorbereiteter hier. Höh! Ja. Okay, das war nicht so gut. Das auch nicht. Und ich hätte es gestartet. Hm. Hab ich die Pause? Ja, ich hab die Pause. Nee. So langsam. Oh je je. Ich erkenne noch nicht so ganz... Ich weiß nicht warum, aber mein Kopf möchte diese Dinge hier als Hintergrund wahrnehmen. Dabei ist das kein Hintergrund. Das ist fest. Das tut weh, wenn man dagegen rennt. Aber irgendwie will mein Kopf das nicht als Hintergrund wahrnehmen. Nein, er will es als Hintergrund wahrnehmen. So. Aber ist es das ja offensichtlich nicht. Oh nein. Jikes. Oh Gott. Die fährt woanders. Oh nö. Hin. Okay, wir starten. Ja, hier ist gut. So. Jetzt hab ich mal den richtigen State gesetzt. Ich finde, wir waren schon tapfer. Uiuiui. Uiui. Jetzt muss ich dich auch noch erwischen. Okay. Welche ist das die hier oben, ne? Genau, die muss ich erwischen. Oh mein Gott, das ist das knapp. Bist du Slot? Nein, nix, nix. Nix, Slot. Kein anderer Slot. Hoch und drüber. Boah, Alter. Mit, oh mein Gott, mit Waypoint. So wichtig. Ja, aber die würde ich fast vorher gerne mitnehmen, bevor ich den Waypoint auslöse. Oh, das fährt in die Richtung, in die Richtung, in die ich will. Ich wollte roten. Das fährt in die Richtung, in die ich will. So. So. Ich wollte nicht da runter. Das ist nur Deko. Ich wollte nicht so runter. Aber habe ich jetzt die Yoshi-Kreuz? Nee, die wären jetzt nur? Nee, die wären jetzt sogar weg. Okay, dann muss ich die weiter. Oh mein Gott, geht das? Ach, das ist nur Deko. Okay, okay, okay. Alles gut. Ich den essen müssen. Jetzt ist halt die Frage, will man hier jetzt fünf Sachen essen? Oder will man es verhindern, dass er fünf Sachen isst? Wieso ist der... Wieso ist der jetzt schon... Okay, das ist interessant. Hey, aber dann könnte ich jetzt ja das Level voll breaken. Say what? Äh. Höh? Also, wenn der hier schon groß wird, mit einem Essen. Also hat der vorher schon Essen bekommen, ne? So, dann kann ich ihn hier mit groß machen. Ich glaube nicht, ne? Saß so von der Lücke her, saß so, ob ich so aussah, ja, egal. Aber ich meine jetzt... Also, will Flo das an der Stelle, oder? Nein, ich wollte sie essen. Wait, das geht... Was? Was ist jetzt hier erlaubt, und was nicht? Also, wer ist jetzt erlaubt, das Ding zu essen, oder nicht? Weil... Er gibt mir Yoshi. So, aber das ist, was ich meine. Jetzt habe ich Yoshi, und... Ach, äh, Moment mal, ich komme ja... Hä, ich komme ja trotzdem hier nicht durch. Also, hier komme ich ja trotzdem nicht durch. Was soll ich hier denn tun? Was soll ich da denn? Hä? Also, hier komme ich aber auch nicht durch. Yoshi ist irgendwie nutzlos. Der... Also, der... Hey. Ich muss irgendwie so eine Shell kriegen. Ich muss irgendwie da... Nein, Yoshi darf... Ich bin der Trottel. Es ist wie ich... Es ist genau, wie ich es am Anfang gesagt habe. Vielleicht darf Yoshi auch einfach nicht groß werden. Okay, Yoshi darf eben doch nicht groß werden. Jetzt passt alles. Aber wie... Aber wie... Ich glaube, das ist schlecht getimed, was ich jetzt... Ja, das war sehr schlecht getimed. War wirklich sehr, sehr schlecht getimed. So. Okay. Okay. Und jetzt darf er groß weg. Hier war einfach ein Rundsprung. Wartet ihr da vorne. Ich weiß nicht, ob es überhaupt geht aus der Position der Geschwindigkeit. Ich glaube nicht. Ich glaube, es würde gar nicht gehen. Ich glaube, dafür müsste man schneller sein. Oh, ich hätte die Geschwindigkeit. Das ist völlig quatsch, was ich jetzt mache. Ich weiß, dass das... Einfach nicht den Koopa kaputt machen. Einfach nicht den Koopa kaputt machen. Das ist auch schon alles. Okay, so. Wait, meine Yoshi-Coins sind weg. Warum? Wann habe ich die für... Hä, hier sind sie noch. Ach so, weil es die fünfte ist. Okay, das ergibt... Das ergibt, das staunt mich viel zu. Oh, Mann. Okay, also sind hier alle Yoshi-Coins gegessen. So. CO2 ist hier dann auch. Äh, und so, ne? Hier ist Ziel, aber da konnten wir noch runter. Was ist da unten? Okay. Okay. Jetzt wird es interessant. Hä? Sechste sind CO2-Münze. Interessant. Wir machen mehr CO2 weg als notwendig. Ich muss mal kurz was trinken. So. Okay. Brrrr. Oh, Feliz Navidad. Haben wir heute in der Schule auch gesungen. Also. Eigentlich sollten alle Schüler singen. So, es war Versammlung in der gesamten Schulhalle sozusagen. Und eigentlich sollten alle singen. Aber irgendwie ist es nicht bei allen Schülern die Information angekommen. Und die haben halt nur die singen lassen, die halt wirklich zum Singen ihren Auftritt hatten. Aber gedacht war eigentlich, dass alle mit sind. Nein. Hat nicht so gut geklappt. Ach so, ich sollte spielen. Aber ich will jetzt auch zuhören. Da, 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 da. Da, 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 da. Das hören wir nachher. Das hören wir nachher noch, wenn ich dann ein bisschen was zum... Wenn ihr noch quatsche, falls ich noch was... Ah, okay. Du, es ist kalt, aber warum haben alle Anorats an? Nur ich nicht. Hier. Ungedrückt halten und von unten an die Eisblöcke spielen. Oh, sind es diese Klebedinger? Oh nein. Oh, Flo, please. Oh, Flo, please. Macht der mir hier so ein... Ich kriege ein Kaiserheken und draus. Hui. Oh Gott. Oh Gott, das wird interessant. So, hier kann... Kann nicht warten. Nicht die beste Stelle zum Warten rausgesucht. Okay. Der kommt wieder. Was ist das denn? Wenn man dachte das... Okay, wenn man nicht gehetzt wird und alles in Ruhe machen kann, ist das gar nicht so schlimm. Oh, scheiße. Und zum Gehetztwerden, ich hätte schneller sein müssen. Nein, ich kann nicht alles in Ruhe machen. Schnell durch, okay. Okay. Wir kriegen das hin. Yes. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Ich bringe die Bencher-Kazooie. Junge. Oh, Junge, das war ein Mond. Oh Gott. Ich dachte... Ich dachte kurz, ich segle da jetzt irgendwo nach sonstwohin. Okay, Nummer vier. Wollen wir das Level tatsächlich ohne Stades schaffen? Das wäre ein großes... Ja, okay, jetzt muss ich aber wegen dem Midwaypoint und den Dings muss ich... Also zum Midwaypoint muss ich zurückgewalten dürfen. Weil sonst sind die Yoshi-Coins weg. Setz mich in Stades, so. Nein, ich trottel. Nichts, ich echt zu ehrlich. Doppeltrottel. Okay. So, ab hier ist neu. Kennen wir jetzt noch nicht. Okay, was hat es mit dieser Shell auf sich? Hätte ich die mitnehmen müssen? Ich dachte jetzt, ich bleib da dran hängen, aber nö, bin ich nicht. Hade. Muss ich dann dagegen sprechen. Ich check die Shell irgendwie nicht, aber ist egal. Wird sie schon nicht brauchen. Wait, what? Ach so, okay, ich wollte schon sagen, ich komme nicht an das Letzte ran, aber doch. Nice. Nice. Sehr nice. So. Frohe Weihnachten. Oh, das Lied hat man jetzt auch schon ganz oft... Aber ich weiß immer nicht, woher es kommt. Ah, das haben wir jetzt schon... Ah, ich renne wieder raus. Das haben wir jetzt schon so oft gehört, ich weiß immer immer nicht, woher es kommt. Ah ja, das ist schön. Oh, okay, der tötet mich. Frohe. Nein. Ach. Neen. Ach, so viel Zeichen. Herz. Noch ein 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 Herz. Und der Typ, der gesagt hat, wir sollen CO2 kaputt machen. So ein langer Weg. Danke, Alex, dass du Weihnachten gerettet hast. Aber ich heiße doch Mario. Leitest uns das Gas ausgehen und wir können nicht mehr heizen. Im nächsten Heck bekommst du mein SUV und fährst... ...im Kreis, okay? Ja, perfekt, machen wir. Das heißen mal. Okay. So. Sehr schön. Wir hören noch ein bisschen Feliz Navidad. Und, ähm... Ich sag nochmal ganz, 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 ganz großes Danke an Flo. Weil das absolut großartig ist, in so kurzer Zeit was auf die Beine zu stellen und das überhaupt noch zu machen. So, keine Ahnung. Ähm... Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder kurz was von mir in Videoform zu sehen. Ich kann nicht versprechen, das und wie und keine Ahnung. So reales Leben geht halt einfach vor. Und der Kanal ist, ist einfach für drangig, sag ich jetzt mal vorsichtig. Ja. YouTube ist eine sehr schöne Zeit gewesen, während des Studiums und auch noch Anfang Rev und so weiter. Da, da habe ich mich noch so ein bisschen... Ja, da hatte man noch mehr Zeit dafür, aber es ist, es ist, es ist halt einfach. Und das reale Leben holt einen ein und dann hat man einfach nicht mehr... Ich finde schade, dass die Dinger nicht von selbst leuchten. Eigentlich sollen die von selber leuchten, aber man muss dagegen klopfen, dass die reagieren. Also, die sollen halt eigentlich auf Bewegung, aber... Ja, ihr merkt selber, die sind nicht so empfindlich, wie sie sein sollten. Ähm... Ja. Ich will mich aber gar nicht beschweren, weil ich finde es ja nicht schlimm. Es ist halt einfach nur die Situation so. Ich denke, das ist okay, weil... Bei euch geht das Leben ja auch weiter und ihr habt auch vielleicht nicht mehr so viel Zeit für alles. Wer auch immer noch da ist, keine Ahnung. Also, ich grüße alle, die noch da sind, die noch zuschauen, die ab und zu mal noch ein Video verfolgen würden, wenn es denn in Dabobux auftaucht. Wir werden sehen, wohin uns die Reise führt. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal wieder streamen. 2024, 2023, keine Ahnung, was weiß ich. Ich weiß nicht, was alles noch kommen wird. Ähm... Die aktuellen Schüler versuchen, massiv meine Internetpräsenz herauszufinden. Bin gespannt, ob sie die jetzt rauskriegen oder nicht. Die davor haben es ja nicht rausgekriegt, die davor hatten es rausbekommen, aber... Mal gucken, mal gucken. Ähm... Wenn plötzlich wieder irgendwelche komischen Kommentare unter Videos sind, wisst ihr Bescheid. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das habe ich schon so lange nicht mehr gesagt. Es ist unfassbar. Wünsche nochmal frohe Weihnachten. Wer es feiert, wer es nicht feiert, einfach eine schöne Zeit und einen guten Rutsch. Den kann man aber allen wünschen. Und in diesem Sinne... Ähm... Wenn ihr ein besinnliches Lied zum Jahreswechsel hören wollt. Das Jahr geht zu Ende von Rolf Zukowski. Ich liebe es. Es ist großartig. Ähm... Aber... Ich weiß, Rolf Zukowski sitzt das, Leute. Da haben manche dann so einen Quinch-Faktor. So schnulzig und alles. Ja, mein Gott. Aber ich finde das Lied großartig. Also, wer es noch nicht kennt, das Jahr geht zu Ende von Rolf Zukowski. Gerne mal anhören. Mitten in der Nacht ist auch sehr schön, aber das ist jetzt halt eher für Weihnachten. Und sind ja nicht alle jetzt weihnachtlich. Jahreswechsel haben wir auf jeden Fall. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage Tschüss und lade jetzt das Video hoch, sodass es morgen dann eingestellt wird. Seit langem mal wieder. Danke, Flo. Wirklich, wirklich danke. Und Tschüss.